Hallo liebe Freunde, ich bin Dirk Olleshausen, ich bin Kapitän des Karlsruher Sportclubs einer Mannschaft aus der zweiten deutschen Liga. Für mich ist Fußball eine ganz große Sache, eine ehrenwerte Sache und ich lebe Fußball auf und neben dem Platz. Und genau deswegen habe ich mich als Friedensbotschafter für Anstoß zur Hoffnung engagiert und auch für den Friedenscup in Burundi. Es freut mich sehr, dass wir unser Herz für Fußball und auch unsere Sehnsucht nach Frieden in so einem Cup umsetzen können und dass da sehr viele Leute mitmachen und dass wir dem Frieden in Burundi auch eine Chance geben. Also, seid dabei, gebt dem Frieden in Burundi eine Chance, zeigt auf dem Platz, was ihr habt, was ihr drauf habt, gebt alles und euch trotzdem danach als Menschen und als Freunde zu akzeptieren und zu respektieren. Also seid dabei, steht mit mir auf für das Gute, für den Frieden und die Liebe. Vielen Dank.